Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jurassic World Revelations Wie immer mit dabei der Neko Moinsinn So, ähm, ich entschuldige mich direkt, dass ich hier so ein bisschen gebaut habe, ohne dass ihr das mitgekriegt habt, denn der Neko hat ein kleines technisches Problem mit der letzten Aufnahme und deshalb, ähm sieht das halt hier so aus, wie es jetzt hier aussieht Ich hab außensehenden Stream gestartet Ja, also, wer es gesehen hat Ja, das, 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 das praktische ist eben halt, dass bei mir Twitch keine Nachricht sendet, dass ich eben mal anfange zu streamen, ne? Achso, warum denn? Keine Ahnung Bist du sicher? Ja Wie haben die Leute das vielleicht einfach rausgestellt? Ne, ne, kommen wir von mir dazu an und hat gesagt, er hat bis jetzt noch nie eine E-Mail gekriegt, wenn ich anfange zu streamen Ja, ja, ist vielleicht auch nicht so wichtig Ja, ich hab 4 Gold Coins gekriegt bekommen Ähm, sagen also, ich hab das jetzt schon, äh, also bei mir, äh, schickt, äh, Twitter auf jeden Fall eine Nachricht raus, das weiß ich Und bei mir nicht Stimmt, kann man eigentlich auch mal anfangen damit, ne, mit PEM Servicekraft Mit was? BEM Servicekraft? Habe ich schon mal gehört, äh, was ist das? Äh, das ist ein reiner, ein reiner Essensmod Achso, na, da hab ich keine Lust drauf Ja, da wäre, da wäre ja Andy eigentlich praktisch, ne, da kocht es ja gerne hier im Spiel in Minecraft Ähm, wo ist denn dein Miner? Wir können uns ja, wir können uns ja immer als Gast reinholen Wo ist denn der digitale Miner? Äh, wenn du Richtung Norden läufst So kurz vor dem Fluss Und wie bebaust du den mit Strom? Mit dem Tesserakt? Ich hab doch einen Tesserakt gebaut Ich hab doch Tesserakt gebaut Ich hab doch Tesserakt gebaut Ähm, denk dran schlafen Ja, die geht doch schon Warten nur auf dich Also angeblich hat er nicht gefunden Helorium? Doch, guck mal hinten in die Kinder Ah, stimmt, stimmt Der hat ja, hm Hab denn ne, 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 ne Ja, das, 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 das ist, das ist ordentlich Wow Äh, 64 und 10 Also 47 Ja Mal 3 Und wie ist eigentlich mal 3? Weil du doch ne Erzvertreifachung hast hier, oder? Geht das mit Helorium? Ja Okay Wie es geht mit Helorium? Ach, du hast das hier wieder zugebaut Ich wollte gerade an meine Diakiste drin Ja Ja, musste ich zubauen Aha Ich komme mir doch trotzdem dran Ne, das habe ich mir jetzt gedacht, dass es nie funktioniert Ich krieg maximal 2 raus Ja, 2 Ja, 2 und dann Geh jetzt nicht weiter Hm, hm Warte mal, hier ist auch noch Sand drin, ne Huch Ja, so klappt das nicht So, was haben wir hier? Ach, ich habe hier noch ein bisschen mit Oh, das ist schön Oh, das ist schön Schmissen Du nimmst das in der Hand Ja, das ist in Ordnung Ja, um es nicht ins Gesicht zu schmeißen So, das müsste reichen So, das müsste reichen Atomagalloy Nein Nein, ich habe einen Fehler gemacht Wurde einen Fehler gemacht Scheißen Dreck Mist Naja, müssen wir es eben halt nochmal von Deutsch gesagt von vorne anfangen Ja, von vorne nochmal von vorne an Alles klar, tschüss, tschüss Ne, ich meine hier mit den, mit den, mit den Bienen Ähm Sofort fertig Ah, jetzt will ich was machen, Walder Ein Lucky Blocköffnung Ähm Mache halt und Vibrant Alloy Nuggets Mal gucken Aber wenn ich mich aber überlegen, ob ich jetzt die ganz großen, äh, Kapazitabank sind Okay Ein bisschen wie es aussieht, kann ich das nicht Du, äh Äh Was brauchen wir denn dafür, klar nochmal So diese und so diese Von? Inget Äh Ich brauche die grün Ne Ätherium Iridium Mhm Das ist Osnum und Sturm, okay Ein Glow Sturm, Inget, ernsthaft? Äh 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 Was ist das denn? Ich habe noch gar nicht so teuer, ich habe auch einiges gemacht Was hat die Branche, Closed Down, Steel, Kupfer, 10 Wo sind die Bahn von den Düngern? Was denn? Ist das echt Mechanism? was denn ja du kannst zum beispiel basic und jetzt basic ein gibt ne ender die 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 kapasite bank von mc von ender ist eigentlich mal man noch effektiver als die von mekanissen warum also die von advanced injunctions und ultimate macht 128 millionen und die von android 25 du willst aber schon dass das ein multi block ist nein das ist ein multi block oder auch das ist ja hier an der anderen der normalen kapasite bank das ist ein du kannst ja alle untereinander mit die von mekanissen kannst ja auch output aneinandersetzen ja das ist was ähnliches aber nicht das was ich wollte ja aber nicht das was ich wollte ich wollte einfach mal ich wollte einfach mal ender hier reinbringen und mir irgendeinen scheiß mekanismen mekanismen ist dreimal sogar die nein so was wollte ich jetzt machen da die knetige knetige dame ja nie will dass ich an das ist das dein tesserakt der hier drin ist ne ist meiner ne ist deiner ne und wo denn ich hab gar keinen tesserakt bekommt du pfeiffer doch der liegt im mme system und so jetzt mache ich mal das was ich vor uns schon machen wollte nach den dschungel suchen ja viel spaß du kommst ja eh nie mit du fall gesaut ja dann du haust jetzt ab und ich habe das hier gleich fertig für dich warte mal so er kommt einfach ich hab noch mal in drei arz oberfläche gefunden warte bist du schon weg ich hab noch was für dich ich bin bloß ein bisschen weit geflogen was ist denn das hier so äh energy ich bin jetzt ich bin in der nähe von der quarry vom quarrygestell zumindest sehe ich die quarry jetzt hier ja komm mal bitte zurück oh ne dass der mir entgegenkommt nein warum na auch ach so und da kannst du nie laufen nein ich muss hier auch erstmal was konfigurieren so eine faule sau die quarry ist schon seit ewigkeiten immer im betrieb ne ja ich weiß ähm ich weiß nicht dass ich jetzt einfach äh ja ich weiß ich weiß nicht dass ich jetzt einfach äh ja 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 ich bin immer noch da ja ja und ja Ja, äh... Nein, 20% cool. Guck mal, irgendwie kriegt der gerade kein Strom, aber... Das wird das Ganze auf jeden Fall... Ah, doch. Braucht kein Strom, auch gut. Äh, hier. Oh, 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 jetzt ist fast eine Lava geschlossen. Diese Gerät. Drück mal rechtsklick. You don't have access. Ach, scheiße. Jetzt schmeiß ich den einfach weg. Du, wenn ich keinen Zugang gehabt habe, hallo? So, war weg. Äh, ja, dann... Komm mal bitte, nimm mal bitte das Ding. Hm. So. Sind's? Irgendwie hat kein Strom. Ja, ist egal. Das Ding braucht Strom. Nein. Der Teleporter, ja. Hm. Das ist ein Witz. Ich sag zudem, du brauchst Strom. Nein. Das war gerade so aus, als wäre er auch so funktionieren würde. Hm. Man muss in der Fische, nein. Nein, weil du selber davon keine Ahnung... Ach, das ist nicht so so. Die hat keine Ahnung. Der steht auf Receive. Ja, ich wollte eigentlich auf die Sommerstelle so noch nicht im Dschungel gehen. Ich stehe aus der Sommer. hat immer noch kein strom doch jetzt geht es aber was bei mir wird null von 200 1 auf klicken 1 auf der teleporter ich wiederhole nein mit dennoch irgendwas ist doch da jetzt nicht und bei mir steht immer noch da 0 von 200 oder 2 1.11.000 er ist aber alles nicht so wild geht das jetzt einfach recht klicken warte mal warte mal gehört entschuldigung falls jetzt ein bisschen krass war wirst du mich wieder ja gut was er klappt das denn jetzt hast du es von sich gehört wie aufzeichen noch draufklicken es geht nicht wenn es war das geht habe ich meine maulung manchmal aus zum und bei mir steht auch immer noch da hat er hat kein strom ja das ist egal das ist wunder und anzeige fehler selbst bei den einstellungen kann ich nicht verändern nur frame was auch immer das heißt so aber nichtsdestotrotz ist ein eigenständiger richtig ja ich würde sagen wenn es euch gefallen hat gerne ein däumchen nach oben wenn ihr keine folge verpassen wollt gerne auch ein abonnement Tipps Tricks und Tracks werden natürlich immer herzlich berücksichtigt und so also bis dann haut rein tschüss